Hunderte Schaulustige warten am Montag geduldig auf das belgische Königspaar vor der Hofburg, denn König Philipp und seine Gemahlin Mathilde trafen mit leichter Verspätung ein. Die belgischen Royals wurden von Bundespräsident Alexander van der Bellen empfangen. Hauptgrund des hohen Besuches ist die Eröffnung der großen Werkschau des flämischen Meisters Peter Bräugl des Älteren im Kunsthistorischen Museum. Die Ausstellung, die nach Angaben des Museums die Größe jemals dagewesene über das Werk des berühmten Malers und Grafikers sein soll, findet aus Anlass von Bräugls 450. Todestag im kommenden Jahr statt. Der Besuch des Königspaares soll die Bedeutung dieses großen flämischen Künstlers unterstreichen.